ODIEN 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 ODIENSTEST ODIENSTEST Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer ODIEN und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, ich mache nochmal so ein kurzes Infovideo, weil viele gefragt haben nach Babyprodukten, die wir jetzt empfehlen können, wo wir jetzt sagen, die retten uns eigentlich den Arsch den Tag über oder allgemein die ganze Woche, die ganze Zeit und da habe ich jetzt oben schon, hier ist mein Campcorder mit dem Campcorder, ein bisschen was aufgenommen bei meiner Frau zu einzelnen Produkten. Ich werde dazu auch was sagen und ich hoffe, ich kann einem damit helfen, weil ein paar von meinen Abonnenten sind ja schwanger oder sind gerade der Papa von der Schwangeren. Grüße an euch beide gehen raus, ihr wisst wenig meine. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen. Das Babyphone, also diese Babykamera hat der eine ja schon gekauft. Ich weiß nicht, ob es den Leuten recht ist, dass ich die Namen sage, deswegen halte ich die Namen lieber raus, aber die wissen, worum es geht. Denke ich mal, wenn sie das Video gucken. Ich hoffe, ich kann damit noch anderen werdenden Eltern oder jetzt schon Eltern von einem Kleinkind, also wir haben ja auch noch ein Kleinkind, vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks geben, was vielleicht noch empfehlenswert wäre, wenn ihr das noch nicht habt. Also über ein Däumchen würde ich mich natürlich freuen. Wenn ich euch damit helfen kann, freut es mich natürlich noch mehr. Ich mache jetzt den Cut. Die Videos kommen jetzt gleich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Na mein Schatzi? So, das ist halt die Spielmatte, also die hier und unten drunter ist so eine Puzzlematte. Und da kann man dann halt die Begrenzung hoch machen, das ist wie so ein Krabbelschutz, dass er dann halt nicht großartig rauskommt. Und ja, die Spielmatte, die ist echt süß gemacht. So, hier mit dem Vogel, da ist ein Waschbär. Bei dem Vogel hier beim Baum, da kann man, da kann man auch umklappen. Hier bei der Möhre sind, da kann man dann auch noch so eine Plastemöhre dran festmachen. Da oben ist dann noch Platz für einen Spiegel, der ist auch mit bei gewesen und der passt halt sehr gut zu dieser Activity-Matte, die wir haben. Ja, da kann man auch viel machen und die Vögel und so, die werdet ihr dann nachher noch in einem Windspiel sehen. Ach Quatsch, Windspiel, bin ich bescheuert. In einer Spieluhr sehen. In Mobili. Da sind nämlich genau die gleichen Figuren drauf. Das hat meine Frau jetzt gekauft. Und die ist echt süß gemacht. Gefällt uns sehr, sehr gut. Ich versuche gerade, dass die Kleine nicht so gut drauf ist. So, dann filme ich jetzt mal das nächste. Das nächste geile Produkt ist halt dieses Beistellbett, was wir gekauft haben. Ich werde auch den Link dazu in der Videobeschreibung machen. Das wird dann halt so ans Bett gestellt. Ihr könntet, ist ja auch jetzt extra für Boxspringbetten. Es gibt, die normalen sind halt für normale Betten, Futonbetten. Die kommen aber von der Größe, kann man die nicht so hoch einstellen, wie die für ein Boxspringbett. Und deswegen haben wir uns für die Variante für ein Boxspringbett empfohlen, genommen. Die ist auch ziemlich hoch. Und dann ist da und auf der anderen Seite so eine Schnur. Die geht dann einmal unter dem Bett durch. Da ist eine Platte dran und die geht auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist dafür da, dass das Bett halt nicht wegrutscht. Das ist halt sehr, sehr toll. Kann ich euch auch mal zeigen. Aber bei uns war diese Platte nicht mit bei. Ich habe mir im Baumarkt einfach dann so eine Platte hier geholt. Seht ihr das? Das ist eine ganz dünne Holzplatte. Und ja, da geht es dann ran und ist auch so ein Rutschschutz, also dass das Bett nicht wegrutscht. Aber wie gesagt, die Platte sollte eigentlich mit bei sein. War nicht mit bei. Ich habe versucht, die Firma zu kontaktieren. Habe die Firma nicht erreicht. Anrufen, E-Mail geschrieben, kam nichts zurück. Da habe ich mir dann selber eine Platte gemacht. Der Preis war okay. Ich glaube, um die 65 Euro, 69 Euro haben wir bezahlt. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Wir haben die Comfort-Matratze. Die ist halt hier ein bisschen dicker. Die normale Matratze ist halt ein bisschen kleiner als die Comfort-Matratze. Das nächste coole Produkt, was ich euch empfehlen kann, das habe ich vom lieben René geschenkt bekommen. Also nicht ich, unsere Tochter. Das ist die Activity-Matte. Ich drehe euch den mal so. Wir haben hier auch Musik. Also ist gerade ausgeschaltet. Moment. Wir haben hier auch Musik. Seid mal ein. Also Vogelgeräusche und so leuchtet auch so der Schnabel. Ich finde die Kleine ganz toll. Und hier haben wir auch dann halt verschiedene Sachen dran, wie ein Löwen, auf dem Löwen steht sie total. Hier auch nochmal ein Spiegel. Eine Giraffe. Da ist jetzt das Ding losgegangen. Das kann man dann hier oben festmachen. Und dann ist die Giraffe auch. Hier ist noch Schnur dran. Dann ist die auch fest. Steht die Kleine total drauf. Hier unten haben wir dann noch so ein Mobili dran. Und dann wird sich dann mit Schnur, hat man dann selber drehen muss. Das ist echt süß gestaltet mit den, sieht man das, mit den Figuren. Mit dem Zebra und alle drum und dran. Gefällt unserer Tochter sehr, sehr gut. Ich mache mal die Musik wieder aus. Da hat sie viel Spaß mit. Man kann das auch alles, ist auch nicht festgeschrieben, wo was rankommt. Also ihr könnt euch das selber gestalten. Die dicke Giraffe wollte da nicht und macht da nur zwei Sachen ran oder so. Wir haben fast alles dran eigentlich und sind damit sehr zufrieden. Die ist jetzt halt nur hier, weil im Wohnzimmer jetzt nicht so viel Platz ist. Schwiegermutter kommt ja heute noch und da haben wir so ein bisschen aufgeräumt. Da ist die Sendeeinheit von unserem Babyphone. Wir haben, ich spreche es immer wieder falsch aus, dieses Phyllis Avant 630. Es gibt schon eine neue Variante. Das ist recht cool. Hat eine gute Kamera, die ist hier vorne drin. Den Monitor zeige ich euch nachher auch noch separat. Der ist nämlich jetzt unten bei mir. Da ist die Kamera drin und hier außenrum, da leuchtet es. Man kann auch so ein Nachtlicht anmachen. Dann hat man hier Ton, also kann man Musik anmachen. Hier kann man, ich kann euch, ach so ist ja gerade nicht an. Ich habe mal den Stecker reingemacht. Jetzt seht ihr, dass es da grün leuchtet. Dann kann man Musik anmachen oder, ach nee, da ist das Nachtlicht. Da. Das zoomt auch ran. Richtig nah kann man ranzoomen. Also ich kann euch das mal von Weitem zeigen. Also da oben ist es. Da ist das Bett. Also ich kann, unsere Tochter, meine Frau kann nicht gut erkennen drauf, wenn die hier liegen. Das Nachtlicht, ich weiß nicht, wie heißt das, wenn man Nacht was sieht? Nightshot oder so? Nachtsichtsmodus. Restlichtverstärker funktioniert erstklassig. Also ich sehe alles, also da gibt es überhaupt nichts. Die Entfernung, ja klar, wenn ich jetzt hier von da nach hier ranzoome, dann ist es etwas pixelig. Aber man kann trotzdem noch alles super erkennen. Wenn es jetzt näher dran steht, jetzt zum Beispiel auf dem Nachttisch daneben oder so, gestochen scharf. Haben wir auch alles schon getestet. Da hatte ich sie hier oben dran mit doppelseitigem Klebeband. Da hat es aber nicht ausgehalten. Hier ist stochen scharf, kann man alles sehen. Ist wirklich wunderbar. Ist echt klasse. Kann ich euch nur empfehlen. Die Basisstation, zeige ich euch noch, hat zwei Nachteile. Also so an sich, im Großen und Ganzen sind wir damit zufrieden. Mikrofon, Quatsch, Kameraqualität, alle tiptop. Nachteil ist, wenn ich jetzt hier über die Basis mit dieser hier spreche. Also dann kommt hier meine Stimme raus. Das hört sich, wie hört es sich an, Hasi? Blechernd. Blechernd und nicht schön. Also man kann dem Papa nicht zuordnen, oder? Ja. Und das macht der Kleinen manchmal so ein bisschen Angst, wenn sie dann eine fremde Stimme hört. Das ist für einen Babymonitor, finde ich, wenn man damit das Kind beruhigen soll, wie es in der Beschreibung steht, finde ich es schlecht. Also da muss definitiv verbessert werden. Und dann, wenn man hier die Musik, also auf die Basisstation anmacht, hat man auch die ganze Zeit auf der Basisstation die Musik. Da würde ich mir wünschen, dass man die Basisstation, die Musik stillschalten kann, dass man dann nur noch das Kind hört und hier halt, ja, Musik ist. Also das sind die zwei Nachteile. Sonst sind wir damit sehr zufrieden. Der Raum, also mit der Temperatur finden wir auch ein bisschen doof. Also da ist falsch beschrieben. Da steht, ja, haben wir durchgelesen, war, misst die Temperatur. Und dann war ein Baby halt abgebildet, aber der misst halt nur die Temperatur vom Raum. Nicht die Temperatur vom Baby. So per Infrarot oder irgend so was. Das macht er nicht. So, dann haben wir hier unseren Wasserboiler, den ich gekauft habe. Der ist eigentlich für Veranstaltungen und so was gedacht, dass der halt praktisch, man macht Wasser rin und dann kann man hier die Temperatur einschalten. Und geht auch bis 95 Grad, war Hase? 100 Grad. 100 Grad jetzt hoch und kann man halt einstellen. So, hier ist das Wasser dann drin. Wird dann mit Strom betrieben. Der hält auch, wenn man den vom Strom abmacht. Ich weiß, was? Gar nicht. Gar nicht? Der hat keinen Akku. Ja, aber ein bisschen, eine gewisse Zeit bleibt die Temperatur drin, oder? Ja, aber Akku hat er nicht. Akku hat er nicht, das ist klar. Wenn der Strom weg ist, dann ist er weg. Wenn der Strom weg ist, dann heizt er nicht mehr, das ist klar. Und dann wird es dann nach und nach kühler da drin. Das ist logisch. Hier haben wir dann noch so eine Anzeige. Da passen 5 Liter rein. Es gibt auch für Babys extra so ein Wasserding. Ja, da passt vielleicht ein knapper Liter rein oder so. Ist ein bisschen mager. Hier ist der Topf. Meine Frau, da ist auch Wasser jetzt drin. Weil auf den Babymilchdingern steht halt immer drauf, man sollte Wasser 5 Minuten kochen lassen. Und das macht sie dann immer. Sie kocht dann halt 5 Liter, ne 4 Liter. Das ist ein 5-Liter-Topf. Ein 5-Liter-Topf. Der ist halt nicht ganz voll. Den kocht meine Frau dann einmal komplett auf. Solange bleibt das hier Wasser noch drin, das alte. Dass, wenn die Kleine jetzt trinken will, sofort trinken kann. Weil das muss bei ihr sehr schnell gehen. Ja, und wenn das jetzt hier abgekühlt ist, dann wird das hier rausgemacht, das Wasser. Wird sauber gemacht innen drin, auch mit einem Tuch und so. Und dann kommt das Wasser da rein. Dann stellen wir hier 40 Grad wieder ein. Ich muss mal kurz Platz machen, meine Frau will durch. Stellen wir hier 40 Grad ein und dann erhitzt er die Temperatur 40. Wenn wir das heißer reinmachen, also nach den 5 Minuten kochen lassen, können wir hier nicht einstellen, dass er auf 40 Grad runter macht. Also abkühlen macht er nicht. Wir müssen dann halt das Wasser abkühlen lassen, machen das hier rein, stellen 40 und dann erhitzt er nochmal auf diese 40. Also meine Frau hat aber meistens so die Zeit raus, dass das Wasser hier 35, 38 Grad ist. Dann brauchen wir hier nur anmachen, dann brauchen wir nur 1,2 Grad erhöhen. Also das funktioniert schon recht gut. Und vor allen Dingen in der Nacht ist das ein Traum. Weil mit diesem, wir haben auch hier sowas hier, ist Dreck. Sag ich euch so wie es ist. Dauert ewig. Ihr macht eine, ich nehme mal jetzt einfach eine Flasche. So, ne ich nehme mal lieber keine saubere, ich nehme mal lieber eine verpackte. Ihr nehmt jetzt hier so eine Flasche. Wir haben auch hier die Avent Flaschen. Kein Sponsoring, die haben wir selber gekauft, beziehungsweise Schwiegermutter geschenkt und so. Und wenn ihr die da rein macht, es dauert ewig, bis die dann die Milch, die Temperatur hat. Hier ist auch so eine Liste. Wie lange man was braucht, 7 Minuten, 8 Minuten und was weiß ich. Das ist für unsere Tochter nicht zu ertragen, wenn die mitten in der Nacht wach wird. Und dann Hunger hat und blickt und dann sofort was will. Das dauert ewig. Hier 8 Minuten, dann ist die wieder so wach, dann lohnt sich das nicht, dann kann die nicht mehr einschlafen. Und hier nehmen wir dann einfach die Flasche, den Deckel machen wir hier ab. So, hier einmal drunter. Dann die Milliliteranzahl an Wasser rein, je nachdem wie viel Löffel wir denn rein machen. Wie Frauchen sagt, wie viel wir gerade brauchen. Dann nehmen wir unser Babymilchpulver, hier extra mit Löffel, wegen abgestrichener Löffel und so. Machen das hier rein, Kappe drauf, einmal durchgeschüttelt, so ein bisschen kräftig. Hin zum Kind und kann getrunken werden. Funktioniert ganz schnell, ganz easy. Meistens haben wir dann auch hier schon so was abgefüllt. Da braucht man dann einfach nur hier oben abmachen. Hier und rinschütten, das ist halt für unterwegs. Gut, das zeige ich euch aber gleich noch. Und das ist so eine Erleichterung, das kann ich euch nicht anders sagen. Das ist einfach mega geil. Also 5 Liter reicht locker bis zum nächsten Tag. Also eigentlich mehrere Tage würde es so ja reichen. Zwei Tage, drei Tage. Aber das Problem ist, wir machen das jeden Tag frisch. Kein abgestandenes Wasser oder so. Es bleibt nicht länger als 24 Stunden drin. Dann das nächste, was ich euch empfehlen kann, ist hier so ein Milchpulverspender. Für unterwegs ist das richtig geil. Weil wenn ihr unterwegs hier so abfüllt, wie viel Löffel, wie viel Milch und so, zeige ich euch aber auch in der Kombi gleich mit der Flasche hier. Dann macht er dann hier oben auf. So. Ist auch schön fest zu. Da ist jetzt nichts drin. Und dann schüttet er das einfach so rein in die Flasche, nachdem ihr die Milch drin hattet. Und hier haben wir dann verschiedene Kammern. Die kann man hier auseinanderschrauben. Und da ist mal so ein Deckel drauf. Da schraubt man den Deckel ab, schraubt das obere Teil zum Schütten hier rauf. Pulver rein in die Flasche. Hier, also in unsere Flasche, wie gesagt, erwähnt immer. Und für unterwegs haben wir dann halt so Thermoskannen. Die halten dann das Wasser schön warm, dass wir unterwegs dann halt auch das Trinken geben können. Das Problem bei unseren Avent Flaschen ist, wir haben auch Flaschenwärmer, aber die Flaschen sind zu groß für diese Flaschenwärmer. Die passen da vom Stecken nicht rein. Das ist halt der Nachteil. Dann noch so ein Sterilisator, einen großen. Der erspart euch auch ganz viel. Gebe ich euch auch den Tipp. Holt nicht so einen kleinen, wo zwei Flaschen reinpassen oder so. Ihr müsst wirklich mehrere, ihr seht ja, wir haben hier auch mehrere Flaschen. Hier oben sind jetzt drei Flaschen. Hier haben wir dann noch Lernflaschen, weil sie jetzt gerade anfängend auch mit selber trinken. Also festhalten und so. Und dann hier unten sind noch welche. Also fangt und dann da sind noch welche zum Abwaschen. Das ist ganz großer Blödsinn, mit zwei Flaschen anzufangen. Weil ihr braucht mehrere Flaschen. Alleine der Tag ist lang. Und wenn ihr nur zwei Flaschen habt oder drei, vier Flaschen habt und nur zwei zum Sauber, also so ein Sterilisator für zwei Flaschen, das ist total Quatsch. Weil ihr kommt nicht, ich gebe euch Briefe und Siegel drauf. Wenn die Flaschen, wenn zwei dann dreckig sind, ihr kommt meistens nicht dazu, diese zwei jetzt gerade schnell da rein zu machen, weil immer ist irgendwas mit dem Kind. Will bespielt werden, hat nochmal Hunger, muss Kacki machen, Windel oder irgendwas. Ihr kommt nicht dazu. Dann gebe ich euch Briefe und Siegel drauf. Deswegen holt euch lieber gleich was mit mehr Flaschen. Da könnt ihr dann halt gleich, bestückt ihr das. Ihr habt mehrere Flaschen, habt ihr noch zur Auswahl, wie seht ihr ja. Und dann, wenn das voll ist, hier oben kann man dann auch Nuckel drauf machen und sowas alles. Wenn die mal runterfallen oder die Deckel und das alles einzeln. Das Ding angeschmissen, ihr habt immer noch genug Flaschen. Das kühlt dann ab, dann nimmt man sie raus. Hier dazu kombiniert halt so einen Flaschen, ja, Halter, Abtropf, Dingsbums, Gedöns. Ja, das hat meine Frau gehört, da macht er den, hier seht ihr ja, da ist so ein bisschen Wasserdampf drin, also Wassertropfen drin. Einfach hier rauf. Hier könnt ihr auch die Dinger rauf machen. Trocknen werden lassen und dann, hier oben haben wir immer noch Flaschen. Jo, passt. Also kann ich euch nur empfehlen, die Kombi, mehr Flaschen sauber machen mit einem vernünftigen Behälter, wo ihr das dann drauf oder Standpunkt, wo ihr das drauf machen könnt, dass die trocken werden. Und immer Flaschen. Empfehle ich euch, habt genug Flaschen da. Wir haben jetzt, wie gesagt, alle möglichen schon durchgetestet von Mammen und hast nicht gesehen. Ähm, ja, wir sind jetzt bei Avent eigentlich kleben geblieben, weil die sehr gut sind. Die haben auch, äh, bei den Nuckeln hier auch Antikoliken und sowas alles. Warum wir Mammen nicht mehr genommen haben. Die Mammen, die haben auch so Antikoliken, aber unten im Deckel ist so ein Gummi. Und immer, wenn wir die da drin hatten zum Warmmachen, ja, dann ist das Wasser rausgetropft und das war halt echt scheiße. Dann tropfst das Kinn voll und so. Das ist dann halt nicht so toll. Und dann sind wir auf Avent umgeschwungen und dann kam hier erst der Boiler dazu. Ja, von daher sind wir dann einfach bei Avent geblieben. Die Kleine mag die Nuckels, so von Avent auch hier, äh, Nuckelmäßig haben wir die von Avent. Die sind sehr gut, ja, die haben eine schöne Form, die mag die Kleine sehr gerne. Die hat sie auch nicht immer. Die kriegt sie halt wirklich nur, wenn sie dieses Saugbedürfnis hat. Sonst ist sie tags, nachts eigentlich immer ohne Nuckel. Nur so für zwischendurch mal. Und, ja, das passt eigentlich ganz gut. Wenn zwischendurch mal, dann hat sie sie zwei, drei, vier Minuten und dann spuckt sie sowieso. Oder unterwegs beim Autofahren, wenn sie ein bisschen das Bedürfnis hat. Die sind auch sehr gut. Da haben wir dann halt welche hier mit, ähm, jetzt mit Luftlöchern geholt. Die sollen halt sehr gut sein. Die nimmt sie auch gut an. Da ist jetzt so eine einzelne Schale, wo die jetzt drin kommt, für unterwegs. Und bei diesen Nuckeln, die hat meine Frau jetzt nicht hier die Schalen. Ähm, da sind einzelne, eigentlich einzelne Schalen, wo haben wir sie denn? Die sind dann, ja, weiß ich nicht, wo meine Frau so hingepackt hat. Aber da sind eigentlich so Gummifropfen. Ja, ich zeige euch das mal. Also wir haben jetzt hier so ein Loch und da unten so ein Loch. Dann kommt hier nur so eine Art Überzieher drüber, der halt dafür sorgt, dass an den Nuckel kein Dreck rankommt. Ja, das funktioniert sehr gut. Und dann nimmt das auch nicht so viel Platz weg, wie jetzt so eine Box für unterwegs. Da hat man halt nur die Nuckel mit so einem Überzieher. Ja, funktioniert sehr gut. So, das nächste Gute ist, das ist jetzt ein bisschen abgeschmiert. Das haben wir nämlich schon abgemacht. Ich habe das jetzt mal nur rangemacht, weil das wollen wir in Urlaub mitnehmen. Das hat hier so einen Greifer. Das ist das Mobile. Und das ist halt mit diesen Tieren wie auf dieser Matte, was ich euch vorhin gezeigt habe. Wir haben zwei. Wir haben auch dann am Bett noch eins dran. Die sind beide sehr schön. Das hat hier auch noch Licht, was dann nach oben strahlt und so. Die Melodie gefällt uns davon aber nicht. Und der Kleine auch nicht so. Die hört sich ein bisschen blechend an. Hier ist die Melodie bei dem, ich packe euch den Link auch in der Videobeschreibung, ist wirklich sehr schön. Ist ein sehr, sehr schöner Klang. Und die Kleine liebt das Teil abgöttisch und zieht auch da sehr oft dran rum. Dann hier unser Kinderbett. Ich denke mal, Kinderbett muss ich nicht bei den Produkten erwähnen, was wichtig ist für ein Kind und empfehlenswert ist. Weil ich denke mal, hat jeder da. Die Bärchen sind echt süß gemacht. So ein Bärchen, die so Kostüme anhaben und dann so wie Schmetterlinge sind. Dann haben wir Licht. Wir können Vogelgeräusche, Waldgeräusche, Wassergeräusche. Wir können Melodien machen. Hier oben Licht. Und dann kommen hier so Sterne an die Wand. Hier sind dann halt ihre Eulen. Hier das Radio, was ich gekauft habe. Da kann sie dann ihr Santiano hören. Weil das war das Einzige, was wir mit Wasser so beruhigt gekriegt haben teilweise. Und dann hier vielleicht noch interessant so ein Babyalbum, was ich gekauft habe. Das habe ich nach langem Suchen eigentlich ein Babyalbum gefunden, was uns gefallen hat. Wo auch so diese Pergament-Zwischen-Dinger-Bums sind. Keine Ahnung. Dann hier oben die Karten. Von der Burt. Von hier zum Beispiel von Tobi. Und von den anderen allen. Von Oberhafen und so. Da sind alle hier oben dran. Einzelne Hefte. Da hinten sind noch. Das ist noch empfehlenswert. Würde ich jetzt sagen. Und habe ich ja schon im Video erwähnt. Das würde ich euch jetzt gerne nochmal zeigen. Windeln im Karton. Seht ihr ja oben den Aufkleber. Windeln im Karton. Jetzt mehr die 350 Stück. Das ist so ein großer Karton. Einer ist schon wieder leer. Wir haben die dann. Weil viele gefragt haben, wie der Hund eingeräumt. Weil ich das ja schon mal erzählt habe. Hier ist halt unser Wickeltisch. Und da ist die oberste Schublade. Und da sind dann halt hier die Windeln drin. Und das füllen wir dann halt immer nach. Hier sind die Fächer. Hier und dahinter noch. Und dann machen wir ein paar hier drin. Dass wir dann immer schnell zugreifen können. Und Windeln wechseln können. Da empfehle ich euch Windeln im Karton. 150 Stück für 14 Euro. Was ich bezahlt habe. 10 oder 11 Cent. Das Stück kann ich echt nur empfehlen. Super Lieferung. Super Windeln. Damit haben wir kein Problem. Die haben wir da drüben. Habe ich noch Größe 5 gekriegt. Die passen aber logischerweise noch nicht. Und das Geile ist. Das muss ich euch auch mal zeigen. Ich habe da extra ein Video zu gemacht. Das werde ich verlinken. Hier ist nichts. Hier kein so ein blaues Plastezeug drin. Oder irgendwas dergleichen. Das sind nur B-Ware angeblich. Aber für mich ist das wie A-Ware. Auch draußen ist hier festgestellt nicht plastemäßig an. Die Kleine mag das. Und wir hatten nämlich schon Pampers und sowas alles. Und von Windeln im Karton Hilkies. Die kann ich nicht empfehlen. Die sind ausgelaufen. Und da ist auch so blaue Plaste innen drin und außen rum. Aber davon hat unser kleiner Ausschlag unten rum bekommen. Das kann ich nicht empfehlen. Aber die ganz normalen B-Ware steht auch da glaube ich. Seht ihr das? Ganz normal. Medi 3. Medi 3. Wir haben Medi 2 auch davon gehabt. 150 Stück im Karton. Zweite Wahl. B-Ware. Lose verpackt steht auch drin. Das sind die Westenwindeln, die wir bis jetzt getestet haben. Danach. Also nach denen. Kommt als nächstes die von Babydream von Rossmann. Die sind genauso gut. Die von Rossmann, die hatten auch nicht diese blaue Zeug, oder? Ja, und dann, ja. Die anderen haben alle so Schutzzeug gehabt. Das war alles dann nicht so unsatz. Ich wollte gerade schon Schluss machen. Da ist mir noch was eingefallen. Das kann ich euch empfehlen. Das ist eine Einlage für den Sommer, dass das Kind nicht so doll schwitzt in der Babyschale. Und passt auch bei Kinderwagen auch von der Größe her. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, unsere Tochter ist 69 Zentimeter groß. Der Wagen, die Schale vom Babywagen ist 70 Zentimeter. Und da passt sie jetzt nicht mehr so wirklich rein. Also sie hat nicht mehr wirklich Bewegungsfreiheit. Also müssen wir jetzt auf den Buggy ausweichen. Dafür ist er aber schon zu klein. Äh, noch zu klein. Also das ist halt ein Nachteil. Aber diese Einlage kann ich euch da sehr empfehlen. Die hat meine Frau geholt vor kurzem, weil unsere Tochter in Babyschale und Buggy und so mal sehr geschwitzt hat. Das erleichtert sehr viel, macht sehr klein, die Hitze ein bisschen erträglicher. Dann natürlich noch unser Windeleimer. Da muss ich jetzt noch neue Kassetten holen. Die kann man hier unten drei Stück reinmachen. Hier oben ist der Windeleimer. Ich habe ein separates Video schon dazu gemacht. Die werde ich auch mal oben verlinken. Hier kann man drei Kassetten reinmachen. Zum Nachfüllen, eine Kassette kommt logischerweise rein. So. Und so. Da haben wir dann halt hier so ein, das stopft dann halt nach. Und innen drin haben wir dann praktisch einmal so eine Lasche, wo der Beutel, da ist ein offener Beutel, da macht man einen Knoten drin. Der wird hier eingehakt, dass er dann nachkommt. Und auf der anderen Seite ist eine Schere, die das praktisch abschneidet. Wenn man dann hier, ach, hat man ja noch, zack, abschneiden, Knoten drin, dann kann man den langen Beutel einfach mitnehmen und im Müll und fertig ist. Das ist halt auch sehr, 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 sehr empfehlenswert. Dann stinkt das Zimmer nicht so, weil ihr Kinderzimmer ist ja auch gleichzeitig Wickelzimmer. Und damit haben wir überhaupt keine Geruchsbelästigung mehr, weil ihre Kacke stinkt jetzt mittlerweile schon extrem. Und auch die Pippi und so. Und damit überhaupt kein Problem. Ja, sie wird dadurch durch den Geruch nicht genervt beim Windeln wechseln oder sonst irgendwas dergleichen. Die Wohnung stinkt nicht danach total toll. Dann kann ich euch noch die Wanne empfehlen. Die liegt jetzt gerade. Die hatten wir benutzt. Die muss noch trocknen. Da packe ich euch in die Videobeschreibung den Link dazu. Da ist das gestellt. Das haben wir jetzt einfach mal oben hochgestellt, weil wir momentan sie jeden Tag baden. Manchmal, weil es ist einfach zu warm und sie schwitzt, sie muss sich abkühlen und nach dem Essen, manchmal Füße voll mit Brei, Gesicht, Hände. Ja, da ist es dann besser, wenn man sie dann kurz abspült und dann macht sich... Ganzer Körper. Ganzer Körper, genau. Meine Frau sagt, ganzer Körper. Und dann macht sich das halt extrem gut mit dieser Wanne. Die ist von Babydream. Nee, die ist von... Ich habe den... Was? Roto. Ja, ich habe den Namen wieder vergessen. Von Roto. Und der Windel einmal von Tommy Tippy, oder wie das heißen. Also das sind Sachen, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Nee, jetzt nicht ein Wunderschön. Ich begrüße euch wieder zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich habe da kurze Ausschnitte oben in der Wohnung von meiner Frau gefilmt. Da habt ihr mal so ein bisschen aneinandergereiht. Ja, meine Frau ist nämlich jetzt da. Ich konnte nämlich dann nicht weiter filmen. Ich wollte eigentlich dann noch im Video die Basisstation haben. Aber da meine Frau da gerade pennt hatte, beziehungsweise die kleine pennt hatte, konnte ich das nicht mehr drin nehmen. Ich will euch die Basisstation nochmal zeigen. Das ist die 630er Version. Also mit dem 27... Mit dem 3,5 Zoll Display. Ich habe jetzt ran gesumt. Man kann auch raus zoomen. Und man kann das natürlich dann auch schwenken, links, rechts, oben, unten. Und in diesem kompletten Bild. Also dieses komplette Bild könnt ihr ran zoomen, wenn ein Kind hier oben ist. Und dann könnt ihr auch die Kamera dahin positionieren, sozusagen. Also Qualität ist wirklich erste Sahne. Das Einzige, was wir halt zu bemängeln haben, ist der Lautsprecher oben. Dass wenn ich jetzt hier, da ist das Mikrofon, da den Mikrofonknopf drücke und sage, ey, Papa ist gleich da oder so, dann erkennst du die Stimme nicht. Und damit wurde auch hier worben, eine Gegensprechanlage sozusagen für das Kind, um das Kind zu beruhigen, bis die Eltern dann kommen. Also man wird wach und sagt, Papa ist gleich da und wechselt Windeln, Mama kommt gleich oder irgendwas dergleichen. Und dann hört das Kind die Stimme und sagt, ah, okay, ich wurde gehört, die kommen gleich. Funktioniert so leider nicht. Also unsere Tochter erkennt unsere Stimmen auf diesem Lautsprecher nicht wieder. Und ist dann ein bisschen verstört, guckt irgendwie komisch. Man kann es aber auch, Gott, so gut ist, man kann es so festmachen. Ja, also die Ladestation, die Basis- und die Funkstation haben auch den gleichen Stromkabel. Die Basisstation muss nicht ständig am Strom sein. Die Sendeeinheit, also die jetzt oben ist, die muss ständig am Strom sein. Also wenn ihr das ja zum Beispiel, wie wir, dann in den Urlaub mitnehmen, ihr könnt beide mitnehmen, braucht nur ein Ladekabel mitnehmen, weil tagsüber braucht ihr die Sendestation ja nicht. Dann nimmt er den Kabel raus, macht den hier rein, ladet damit diese Station und dann, wenn er benutzt, einfach wieder umgedreht und fertig ist und das Lingo läuft über Akku. Total super. So, dann hatte ich noch drinnen, kannst du wieder zurücklegen, Dankeschön, Hase. Dann hatte ich noch ein Video drin, was ich aber rausgenommen habe, so eine Babyschaukel haben wir. Da füttern wir unsere Tochter momentan drin, weil es nicht möglich ist, oder weil eine Frau drauf zu sehen und Frau, das muss weg, überall bin ich zu sehen, weg, 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 weg. Ja, und dann musste ich das, und dann war zu viel Pixel gewesen, dann hat gesagt, scheiße, ja, ich nehme es doch raus. Habe ich rausgenommen. Und einen Stuhl habe ich ja auch gekauft, habe ich ja im Video schon mal gemacht, dazu habe ich auch rausgenommen, weil da auch zu sehr Frau zu sehen war. Mit der Babyschale ist, also mit dieser Schaukel ist es halt so, wir können sie nicht anders füttern, weil sitzen kann sie noch nicht, für den Stuhl ist man nicht bereit. Sie auf, also meine Frau, die Kleine auf dem Arm füttern, nein. Ich auf dem Arm füttern, nein. Frau auf dem Arm, ich fütter, nein. Ich halte auf dem Arm, Frau füttert, nein. Geht nicht. Sobald die Kleine im Arm ist und sie sieht, dass sie Essen gibt, drückt sie sie hoch, teilweise nicht mal nur, wenn es Essen gibt. Allgemein, sobald sie im Arm liegt, versucht sie sie hochzudrücken. Und dabei kannst du halt nicht vernünftig Essen geben, sie kann nicht vernünftig essen. Und da haben wir uns, und im Liegen soll man nicht Essen geben, haben wir uns für die Möglichkeit entschieden, die Kleine halt in diese Schaukel zu packen und sie da zu füttern. Und das klappt recht gut. So. Ja, das soll es erstmal gewesen sein, war Hasse? Haben wir alle soweit durchgesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Achso, einen Tipp gebe ich euch auch noch. Hier, das haben wir gratis gekriegt. Hasse, welche? In der Hipbox. Den gibt es auch von Rossmann, von DM. DM haben wir leider hier nicht, deswegen kann ich euch da nicht sagen, was drin ist. Aber Baby Dream, nee, Baby Vita heißt das Ding. Rossmann, Baby Vita, Hip, DM. Ja, aber bei den anderen habe ich nichts gekriegt. Bei den anderen, also Spiele Max und so weiter, die haben alle so eine Baby Clubs. Aber da habe ich nichts gekriegt. Das sind jetzt so die Einzelnen, wo wir heute gekriegt haben. Da gibt es aber noch mehr, wo ihr euch gratis als werdende Eltern, als jetzt schon Eltern von einem Kleinkind anmelden könnt. Und dann kriegt ihr gratis Produkte von denen zum Testen. Zum Beispiel Hip, die schicken euch dann, wenn es soweit ist, dass ihr Brei kriegt. Da haben sie uns einen Brei geschickt. Und so kriegt auch Hip, Brei, aber auch andere Breisorten. Baby Dream zum Beispiel. Aber Baby Dream nehmen wir jetzt zum Beispiel nicht. Die Obstdinger und so, weil da sind so viele Haltbarkeit-Dinger. Was sind da drin? Konservierungsstoffe. Irgendwelche Konservierungsstoffe. Ich weiß es nicht. Die Frau hat mir gesagt, welche. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich sehe da nicht. Antioxidationsmittel. Was? Antioxidationsmittel und Ascorbinsäure. Antioxidationsmittel und Ascorbinsäure. Ja, das braucht ein Baby noch nicht. Und das braucht ein Baby noch nicht. Und deswegen, Hip ist eigentlich komplette Spanne bei uns vertreten. Weil noch kochen wir nicht selber für die Kleine, weil sie isst einfach noch zu wenig. Und manchmal auch gar nicht. Ist das so? Sie kriegt schon Brei, also Mittag und Abendsbrei. Und wenn es denn so ist, dass sie wirklich richtig isst und sich das lohnt, da mehr zu machen und was einzufrieren, dann kochen wir natürlich selber und machen Brei selber. Aber so funktioniert es schon. Also Hip ist da bei uns sehr doll vertreten. Babydream ist halt eher so bei den Mittagessen, Kartoffeln mit irgendwas und Brei abends auch. Aber so Obst und Gemüse von Babydream nehmen wir gar nicht, weil da ist zu viel Zeug drin. Ja, und dann haben wir alle möglichen anderen Marken so durchgetestet. Also da macht sich, eigentlich gibt es da auch Unterschiede, von wem du welchen Brei hast. Je nachdem reagiert sie dann halt ein bisschen anders. Ja, bei Babydream haben sie extra Eisen reingemacht. Genau, bei Babydream haben sie zum Beispiel bei, was waren das, bei Möhre, wa? Nee. Bei allen Mittagsgläschen. Achso, bei allen Mittagsgläschen haben sie bei Babydream mehr Eisen mit drin gemacht. Das ist auch gut. Was eigentlich gut ist fürs Kind, aber unserer gefällt das nicht. Die findet das absolut eklig. Und die will es denn nicht. Naja. So, aber das soll es jetzt soweit dazu gewesen sein. Wenn ich euch jetzt damit helfen konnte. Ein Däumchen wäre, ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt hier eigentlich fertig. Ich wünsche euch was bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ahoi. Das war euer Odin. Das war euer Odin.